Ecke und das Ganze nennt man einen Winkelapparat. Hey 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 hier mal die, die die die, die schau flee und wir hören Aber es inveiglt dich so gut anhand Gibbon Musik 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 Der Elfer wird dafür sorgen, dass ich Konsequenzen habe. Ich weiß, Kleiner. Jetzt bleibt mal locker. Rufen einfach jemand an, dann kommen wir schon raus. Wer sagt denn, dass wir hier raus wollen? Überlegt mal, wir haben die ganze Schule für uns allein. Und dass wir hier sind, ist jetzt nicht wirklich unsere Schuld. Ja, genau. Stellt euch mal vor, was wir hier alles machen können. Das ist eine Fabel auf EID. Mit all diesen Büchern zur Verfügung. Wir können Länder und Universität selbstständig verdifferenziert studieren und vorarbeiten. Also, ich dachte da eher was anderes. Okay, was auch immer. Wir sollten nur eins bedenken. In ein paar Stunden werden unsere Eltern oder Freunde oder andere aus unserem Bekanntenkreis anfangen, sich Sorgenloses zu machen. Wir sollten sie jetzt anrufen und ihnen einen glaubwürdigen Grund für unsere Abwesenheit mitteilen. Danach sollten wir unverzüglich für neue Handys ausschalten. Ganz ehrlich, ich glaube, du liest zu viel. Du bist schon fast wie so eine Bedienungsanleitung. Danke! Wir sind sehr erfreut über das Konkriments. Ja, hallo. Ich bin's. Ich übernachte heute bei Alisha. Ja, tschüss. Ja, hi. Ich bin heute bei Vivian. Hallo, Monika und Alabet. Ich bin's, Antonian. Ich vertrete unsere Schule in einem Wissenschaftswettbewerb. Wir sind dieses Mal in München. Ich komme dann in einer Woche wieder. Wiederhören. Hi, Mama. Ich übernachte heute bei Liz. Hallo, ich bin Bernhard. Ich, ich meine wir, meine Klasse. Wir sind auf einem Ausflug und ich bin jetzt in dem falschen Zug eingestiegen. Ich bin in... In Bad Brambach. In Bad Brambach. Könnt ihr mich von dort abhauen? Hi, ich bin für ein paar Tage willkommen irgendwann wieder. Und jetzt? Party! 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 Das war's. Oh! Oh Gott, das ist so cool. Ah! Das ist lecker. Du weißt, das ist gesund. Du nimmst keinen Pudding. Weil die eklig sind. Und was machen wir als nächstes? Ich werde noch nie wirklich im Lehrerzimmer. Lehrerzimmer? Da gibt es Lehrmaterial von den Lehrern. Damit können wir vorarbeiten. Fachschaftsbeschlüsse, Methodenwende, Aufgabenordner. Also, ich ändere erstmal meine Noten. Gute Idee. Warum müsst ihr die denn ändern? Leute? Warum bin ich geschwägt? Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020